Ich zeige euch jetzt noch mal meinen aktuellen Ausblick. Hier sind jetzt viele Windräder. Ob die so schön sind, ist Geschmackssache. Mich stürzt jetzt nicht, aber so schön finde ich sie auch nicht. Vor 20 Jahren sah es hier bestimmt noch anders aus. So und wie man sieht, da hinten scheint die Sonne. Bei mir ist jetzt leider gerade Schatten. So und wie man sieht, da hinten scheint die Sonne.